Der größte TikToker Deutschlands, glaube ich. Gib mir mal drei random Wörter, irgendwas, was dir einfällt und ich mach daraus einen Song. Quallendreck, Pina Colada und JD. JD. Warum JD? Ich find den Namen fresh. Der Name ist fresh, okay, okay, okay. Okay, erstes Wort Quallendreck. Bruder, wir müssen Spongebob samplen. Das ist aber viel zu schnell, das heißt, wir müssen runterpitchen und langsamer machen. Zweites Wort, Pina Colada, da dachte ich an irgendwie so ein bisschen was Tropisches, so ein Latin, Rhythm, Drums. Okay, drittes Wort, JD. Keine Ahnung, keine Ahnung. Okay, let's go. Pina Colada, renk mir später.